Ja, gut. Sektor S. Sektor S, Sektor S. Auf der schweren Route. Freundeverein. Defensivlinie Sektor S. Viel Glück. Schreit er noch. Ja, ich kann es, glaube ich, gebrauchen. Und da der Walker jetzt hacken kann, nehme ich an, dass wir den hier ordentlich gebrauchen können. Oh, wir haben unsere Schiffe gewonnen. Wieso haben wir nicht so eine Laser? Hey, Bill. Bill, alter. Geil, Mann. Oh, shit. Und die Dinger darf ich hier auf keinen Fall reinführen. Also, ich bin in der offenen, ich bin im Orange-Mode. Das mache ich. Ich höre ja immer gerne auf euch. Dann gibt es doch immer so tolle Ratschwege. Ich bin in der Lube hängelig, so. Sie nehmen unser Schlachtschiff ins Visier. Du musst das Schlachtschiff retten. Den Turbo Fox, sonst schafft es nicht. Okay. 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 Schiff, wenn ich das Schiff irgendwas für mich hinterlässt. So, und direkt verkehrt, wenn wir. Oh, es hält zwei Abschüsse. Aha. Oh. Ach ja, klar. Sieh an. Jetzt geht's wohl richtig los. Er hat teleportiert. Taktischer Hyperklassenzerstörer Grandy. Sehr geil. Wenn wir gleich mal unter die Lube nehmen. Wir sind die Kanone rein. Kanone bereit. Wir gehen in Top-Down. Drei. Zwei. Ein. Noch was denn? Scheiße. Irre. Das ist ja ein toller Schiff. Ja, super, Peppy. Das war's schon. Okay. Das sind wir jetzt. Einmal festhalten. Schwerer Treffer. Ausweiter der Übereinreiten. Jungen, komm. In diesem Schussland. Der Stamm. Stammt. Das Schiff ist fast am Ende. Machen schnell, Star Fox. An alle Schiffe. Wir müssen in Ihren Schild eindringen. Ja, der Stammt. Roger. Ich habe einen kleinen Tipp, wenn ich da reinkomme. Oh, die Läser reichen mir sehr weit. Oh, die Läser reichen mir sehr weit. Kommen wir denn mal da rein? Wir müssen ja durch ihren eigenen Schild kommen, die Penner. Was? Nicht das denn? Schiefft sie da. Los! Schild analysiert. Der Generator die Kinder der Schiffsbrücke. Zeig's Ihnen, Fox. Komm nicht da rein, das ist ein Drecks. Drecks Kanüle hier. Mann, macht das Gaudi, Alter. Leute, holt euch das Game, Mann. Oh. Ach, ich kann auf A den Formwechseln, wie ich bin. Hoppah. Würdest du wissen? Montalvor-Konsole hacken. Achso. Pssst. Wenn sie sich auch sparen können. Oh, die kleine Walker hackt und hackt. Ich muss mich ein bisschen wieder auf die Gamepad-Steuerung verlassen. Sonst treffe ich hier wieder nix. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Haha. Toller Schild. Das ist gut, der kann Bill. Wir müssen doch erstmal runter vom Schiff, Mensch. Uh. Geil, geil, geil. Phase 1 endet. Gut, jetzt ist es noch nicht vorbei, Leute. Bin ich froh, dass ich auf deiner Seite bin, Fox. Ihr schuldet mir was. Hey, Fox, wann bist du so? Aufpassen, da leert sich was. Ach, Cat. Wollt ihr euch einfach ohne mich amüsieren? Oh, wow, wow. Cat, was willst du hier? Ich grüße mal etwa so eine Dame. Hier, Star Fox, Identifizierung. Geiles Schiff. Hallo, Foxy. Du kennst also Feigl. So klein ist die Galaxie. Ja, wir kennen ihn wohl. Miete Freikämpfer-Wulfen. Das Star-Wolf-Team. Wow, jetzt geht's richtig gar rund hier, Junge. Hey, wo ist denn mein starker Laser? Hey, wo ist denn mein starker Laser? Okay. Ich bin das kombiniert, Junge. Dann muss Zornen, werden die Verpflichtung. Fox, wenn die Bleder nicht rein. Okay. Dann muss der Box, dann kann man das. Ist denn der Chef auch dabei? Oder seid nur ihr das? Seid nur ihr das? Mann, die haben ja mehr damit zu tun, euch zu retten, als die alle anderen zu bekämpfen. Was ist das denn? Ich meine ... Nein, nein! Ich youseh! Du sieh! Du siehst du sieh! Bähig kannst du sie! Ich will sie nicht! Oh, das ist nicht, nicht! Ich will sie nicht! Max! Max! Der Fett hat geblendet! Ja, der Fokts! Ich dachte schon, ich schaue es nicht! Max, du hast verheirrt! Regen wir ein Nugget! Positionen beschädigt. Urheberung ist unterwegs. Was ist das, wenn ich kurz so nah an dem vorbeifliege? Scheiße, ich bin voll im Fokus. Das ist ein Kopfkirchen. Come on. What is coming up, mein Freund? Das ist ein kleines Power-Up. Oh, Wolf. Erstmal ist Piggy dran. Mein Kopfkirchen! Mein schönes Kopfkirchen! Konzentration, Fox. Richtig. Frisch dein Weg bringt. Okay, muss da irgendwo noch ein Ring sein oder so. Jawohl. Hahaha. In mich vertrickst du mich aus. Hm, das mit der Anvisierungsfunktion ist schon gut. Ja, du rammst doch in mich rein. Komm schon, komm schon. Na los. Was ist das so? Nein. Verflucht. Peppi, nein. Scheiße, hätte ich das verändern können? Weiß ich nicht. Peppi! Scheiße. Hab ich den nicht schnell genug platt gemacht? Der zieht sich aus der Wack. Ich weiß nicht, unsere Verstärkung übernimmt nur den Rest. Auf einmal seid ihr mega präsent, oder was? Oh, mein Gott. Peppi, nein. Scheiße. Rob, du musst Peppi finden. Signal organisiert. Bewies Position. Dein Ding, ja. Hoffentlich geht's Peppi gut. Los, suchen ihn. Okay, uh, die Mission haben wir erledigt. Slippies Arwing scheint ganz schön mitgenommen zu werden. Und erstmal zurück zu Great Fox. So, wo sind wir denn im System jetzt? Schwere Route, immer noch. Aber ich glaube, das hätten wir anders drehen können. Neue Teleport auf Conaria und Titania geortet. Uh, das kleine Symbol hier sieht mir doch verdächtig nach Landmasse aus. Geile Sache.